Jesus Christus Du lebendiges Brot vom Himmel, erbarme dich Gott und Heiland, erbarme dich Unser, du wahrer und wahrer Mensch, erbarme dich Unser, du Speise Erlösung, erbarme dich Unser, du Freude der Christen, erbarme dich Unser, du Stärkte Erlösung, erbarme dich Unser, du Haftler der Bebregte, erbarme dich Unser, du Frust der Kranken, erbarme dich Unser, du Werde, erbarme dir, du ares Neb Free, erbarme dich Unser, du Haftler der Herz, du Recht und Heiland, erbarme dich Unser, Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und die Aufmerksamkeit für alle Menschen.